Wir kommen zu unserer ersten Formation und ich kann Ihnen sagen, was für eine. Die Paare, die Sie jetzt sehen, tanzen teilweise bereits seit über 30 Jahren zusammen. Und ein Paar hatte bereits 1958 den ersten Tanzkurs. Und vor fünf Jahren hatte Trainer Helmut Bär die Idee, eine Seniorenformation ins Leben zu rufen. Die ältesten Teilnehmer sind über 80 Jahre alt. Ja, das ist schon mal ein Applaus wert. Und das beweist doch eins, tanzen hält jung. Und das beweist Ihnen jetzt die Seniorenformation des TSG Bremerhaven. Viel Spaß dabei. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Musik